hey leute ich bin es wieder rotax und herzlich willkommen zum nächsten server tagebuch video hier auf einem channel ja und dunkle zeitalter sind angebrochen deswegen nehme ich auch gerade per nacht auf ne spaß beiseite auf jeden fall ist mir etwas ganz lustiges passiert wie im titel wahrscheinlich schon lesen könnt clickbait von feinsten hier am start auf rotax channel ja und zwar ist ein dunkles zeitalter der griefer angebrochen es war das krasseste was ich je erlebt habe auf jeden fall auch ganz lustig aber ich werde euch dann gleich mal zeigen was da passiert ist es war wirklich mega mega krass aber zuerst wollte ich noch was anderes sagen und zwar machen wir nächste folge dirk mal das fertig mal anfang jetzt ankündigen nächste folge mache ich so eine kleine wie soll ich sagen so eine community fragerunde das liegt einfach daran also hatte kurz nächste folge sondern am dienstag kommt ja ein minigame video wieder mal wie versprochen diesmal werde ich fürs versuchen irgendwie mit wem anders aufzunehmen und nicht in get down mega zu failen so wie letztes mal und ja auf jeden fall wird es denke ich ganz lustig werden und die nächste folge am samstag dann das wird dann die community fragerunde das heißt ihr könnt unter diese folge ganz einfach irgendwelche fragen stellen auf die ihr bock habt und die werden einfach von mir beantworten in der folge das sollen jetzt wieder mal nicht so fragen dabei sind wie zum beispiel bei tewan machst du denn mit hans günther ein video hier ist der hans günther der ist immer noch hier am start der ist hier ziemlich ziemlich brav auch der liegt hier neben der macht kein lärm der braucht nicht viel futter der ist richtig pflegeleicht und ja was auf jeden fall noch kommen wird ist ja ht bist du ein fisch oder irgend solche fragen das habe ich ja von letzten folgen schon bin ich ja schon gewohnt aber damit muss ich leben das ist ja mal so wenn man irgendwelche jokes raushaut dann passiert das nun mal aber worum es wirklich geht ist wenn ich gerade irgendwelche fragen habe das kommen zurzeit relativ wenige server tagebuch videos das liegt auch vor allem daran dass ich zurzeit an meiner bachelor arbeit schreibe und halt mega viel damit zu tun habe einfach oder so generell so präsentationen halten muss an der uni und ja währenddessen hat noch normal um die habe und so weiter und so fort deswegen ist es relativ stressig gerade bei mir also für alle dies so irgendwie mit kassi in rt3a3 gucken ich bin manchmal auch einen tag inaktiv oder kann nur abends irgendwie kurz online kommen oder irgendwie so halt wirst du auf jeden fall bescheid es liegt einfach daran dass ich gerade relativ viel zu tun habe aber ich will mich natürlich trotzdem dass ich weiterhin videos bringe dass ich weiterhin irgendwelche coolen sachen mit euch mache und ja mit den projekten hier wie gesagt ich habe es glaube ich in der letzten folge schon angekündigt wird es hier demnächst weitergehen also wahrscheinlich erst anfang feber wird sie weitergehen wir haben ja jetzt aktuell den 14 jänner muss ich mal kurz aufs datum schauen weil ich absolut kein plan an welchen tag wir heute haben müsste ein samstag sein auf jeden fall was ich damit sagen will ist es wird wahrscheinlich anfang feber wieder hier wird wirklich weitergehen also nicht so wie jetzt dass ich mich ab und zu mal eine stunde hinsetzen und dann pause und wirklich dass ich mich dann wieder mal sagt jetzt setze ich mir wieder eine woche hin und bau da mal ordentlich weiter so wie das depository halt ich muss die wieder kämpfe noch machen also es stehen noch richtig viele eigentlich an was ich zu tun habe und ja vor allem auch diesen tempel für len hd bauen der ja hier beim community ding ins gewonnen hat und warum ist hier ein blog das stört mich hier gerade mega krass so ja und um noch mal zu den community kommentaren zurückzukommen ist das nächste fall gibt es wieder eine kleine wie gesagt am samstag so eine kleine fargerunde da lese ich einfach die top kommentare vor oder generell alle die ich so schaffe in der folge vorzulesen die nach halbwegs in zeit bleiben und jetzt irgendwelche dummen fragen mit ausgeschlossen oder so irgendwie aus das ist irgendwie lustig dumme fragen und ja dann werde ich mal ganz kurz zeigen was hier eigentlich passiert ist was hier eigentlich für ein krasses briefing betrieben wurde und ich weiß wer jetzt schon für den clickbait titel hassen denn ich muss mal dazu auf s1 gehen sowie tech und da muss ich dann eine alte aufnahme einblenden denn das ganze ist nicht mehr live ihr seht ihr diesen wunderschönen unberührten warp hier haben wir nichts ist alles so wie es sein muss also hier ist alles genauso wie es ja wie es gebaut habe hier ist nichts gegrieft jetzt alles schön jetzt alles perfekt und zeige ich dann gleich bilder oder bestes eine aufnahme von vor einer woche hier ist eben auch hier ist alles gut am start hier ist nichts oder so kaputt und da muss ich euch zeigen was da quasi passiert ist was da los war das war wirklich die krasseste aktion die ich bis jetzt je hatte also ich wurde ehrlich gesagt ich wurde noch nie so hart in meinem leben gegrieft das war weiß nicht ich habe kurz überlegt mit mein kopf aufzuhören in dem moment weil es einfach so hart war da dachte ich mir alter was soll das jetzt hier ich bin richtig hier gesessen ich bin hier ausgerastet ich habe tränen gelacht geschwitzt ja ich habe tränen geschwitzt durch meine augen auf jeden fall ich werde mal ganz kurz jetzt eine aufnahme einblenden so und hier haben wir jetzt die aufnahme im hintergrund seht ihr ein bild was hier quasi wie sie quasi ausgesehen hat und ihr werdet es gleich sehen es ist echt das krasseste was ich je gemerkt habe da vorne sieht man schon aufblitzen es hat jemand vor meine gelbe und rote blumenwiese eine orange blume gesetzt leute das geht nicht warum machen das leute guckt euch das an hier ist eine orange blume das ist eine orange blume ich meine ganz ehrlich was soll das man kann hier nicht einfach auf diese blumenwiese eine andersfarbige blume setzen das ist kein blumenrassismus das leute das ist hartes griefing und jetzt zeige ich noch mal ganz kurz wie das jetzt aussieht so jetzt immer wieder im jetzt das ist wieder hier cutcon wie es jetzt gerade am 14 jänner ist und ihr seht es hier das griefing wurde beseitigt leute ich bin echt mega enttäuscht von euch dass ihr das gemacht habt wer auch immer das getan hat wer immer hier geedit war grüße gehen übrigens raus an die leute die bescheid wissen die sich jetzt nicht verarscht fühlen müssen wer war das ganz ehrlich wer hat hier diese orange blume hingesetzt das ist einfach mega mega krass also diese veränderung hat mich echt hart getroffen und ich glaube das wird jetzt hier dieser schlechte witz wird euch jetzt auch ziemlich hart treffen und ja auf jeden fall ist da was passiert so eine kleine wie soll ich sagen so eine kleine griefing aktion und ich wollte das ganz einfach irgendwie ins lächerliche ziehen so ein bisschen lustig machen und dem ganzen eigentlich keine aufmerksamkeit schenken und das glaube ich kann man damit ganz gut machen übrigens die orange blume die habe ich auch überhaupt nicht aus meinem shop geholt ich weiß nicht woher ich die hatte ich sind noch zufällig 63 stück da aber naja egal so ist mir spaß beiseite das war's auf jeden fall mit der kleinen grieffing verarschen folge wollte nur mal so ein bisschen trollen und vor allem die leute die bescheid wissen wissen eh bescheid das ist ein kleiner insider hier wurde nämlich wirklich ein bisschen was gegrieft aber im endeffekt war das ganze schnell behoben und ich dachte mir ich mache da mal so ein bisschen so ein joke draus macht da mal klick bei titel rein mal gucken wie das ankommt wie das so wird und vor allem mit orangen blume ja alles klar ich denke mal ich werde jetzt dann lieber wieder fürs drei gehen und aufhören hier rum zu fliegen auf jeden fall echt cool aber ab hier für alle die wte echt nicht kennen ich mache jetzt mal hier schamlose eigenwerbung man kann hier halt holzfarmen alles andere zeug farmen wie karotten kartoffeln weizen und so zeug man hat hier eine schafsfarm hat hier eine automatische herbalisten farm wo man sich in minecart setzt man hat hier eine kürbisfarm hat viele blumen farmen man hat eine automatische melonen farm hier hat man so einen technikbereich in dem quasi ich werde das einmal noch zeigen ich habe es schon länger nicht gezeigt wie das ganze funktioniert man hat hier so einen technikbereich wo man halt richtig richtig viele maschinen und andere technik nachbauen kann also man kann natürlich wirklich tutorial mäßig step für step oder stufe für stufe alles nachbauen und casinos machen wie man lustig ist und fröhlich ist und deswegen ist es eigentlich ganz nice so jetzt muss ich noch mal gucken wo ich wer tech habe und das einzig der einzige nachteil der dinge ist also die billigste mitgliedschaft kostet 7000 es geht halt hoch bis 15.000 kadis aber das ist auch für immer man wird hier für immer geredet und das haben schon echt viele leute die mitgliedschaft und ich bin eigentlich vom positiven feedback echt überrascht gewesen also es haben sehr viele leute gesagt johann t das was du da machst ist richtig cool und von dem her denke ich mal habe ich da nichts falsches aufgezogen auf das 1 und ja dann verabschiede ich mich bei euch mal fürs zuschauen oder verabschiede ich mir mal für die folge bedanke mich fürs zuschauen so rum warst bin ich ja ganz verwirrt von meinem schlechten blumenwitz vorhin und ja auf jeden fall wie gesagt grüße gehen noch mal raus an alle die mit die folge irgendwelche kommentare schreiben irgendwelche fragen schreiben und ja dann sehen wir uns dann quasi am samstag wieder hier im live commentary und ansonsten ich freue mich schon aufs fragen beantworten ich freue mich auch schon auf die ganzen kommentare wie irgendwelche unnötigen fragen aber es wird auf jeden fall ganz lustig werden denke ich ich werde auch ein paar lustige mit reinnehmen in die folge einfach so abwechslungsreich halt ja kommentare vorlesen nicht nur irgendwelche ernsten fragen sondern auch irgendwelche lustigen sachen und deswegen sage ich mal danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschau euer rotex